Alter, Paluten Ninja Warrior von Jonas Butcher. Hallo Paluten, in diesem Level musst du drei Herausforderungen unterstehen, um dich für den Ninja Warrior 2024 zu qualifizieren. Viel Glück, alter Schwede. Geschwindigkeit. Schneller Paletto, schneller! Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Tag der Happy Wheels Woche. Wir spielen wieder Paluten Level und um die Qualität der Level ein bisschen zu steigern, habe ich erstens eine kleine Bitte an euch. Und zwar, wenn ihr die Paluten Level spielt, ratet die auch gerne und ab sofort werden wir hauptsächlich Level spielen ab drei Sternen. Weil ich habe das jetzt schon des Öfteren gesehen, dass Leute halt einfach Level nach Level rausballern und sich gar keine Mühe geben. Das ist ein bisschen schade, denn wir wollen ja alle Spaß haben bei den Videos, ich beim Zocken, ihr beim Gucken und wir starten mit TimNG8107, kurzes Level. Paluten, das ist mein erstes Level, ich hoffe es gefällt dir. Kannst du mal Lethal Company spielen? Das ist zwar ein Horrorspiel. Mann Leute, habt ihr nicht letztens Baby in Yellow bei Paletto gesehen? Boah, alter, alter. Boah. Ja, können wir uns auf jeden Fall mal überlegen. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal rein. Oh, 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 ja, nachdem du es geschafft hast, versuche das mal... Ja, warte, warte, Opa. Oh, 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 nichts passiert. Ah, oh, oh. Ah, kleiner... Ah, okay, sehr gut. So, genau, der hat jetzt noch drei Sterne, dann mal rein. Kilian NF, hey Paletto, das ist mein erstes Level für dich. Wenn du dein Köpfchen anstrengst, wirst du es sehr einfach haben. Ja, das mit dem Kopf, Alter, ich bin komplett... ich bin fertig. Ich bringe dich nicht um den Verstand, viel Spaß... Okay, das ist... das ist Slow, der Slow-Pass. Paletto macht das. Ach, Paletto, Mann, ist wieder so cool mit dir unterwegs zu... Was war das? Das war eine Harpune. Oh. Ja, Vorsicht, Palut, da sind Minen. Ja, Timmy, ich weiß... Ich sehe doch auch die Minen, Mann. Hältst du mich für blöd, Timmy? Ja. Palut, ich bin runtergefallen. Ja, schade. Und da ist der Victory, Leute. So muss das sein. Warte mal, hier... Ah, der hat noch gar keinen Vote bekommen. Okay, wir gucken das mal. Der hat ja gar keine Chance. Deswegen rate it gerne, wenn ihr die selber daddelt. Viel Glück. Level mittelschwer. Ja, Paletto macht. Easy. Ähm. Ähm. Oh, Mann, Paletto, du bist so scheiße. Mann, Timmy, Mann... Ey, der Junge regt mich richtig auf. Oh. Ich wollte eigentlich nur ihn loswerden. Warte, warte, ja, ja. Spring, Timmy, spring. Oh Gott. Oh, nichts passiert. Ja, ach, Mann, warte, da müssen wir kurz mal halten. So, ich nehme Timmy jetzt mit. So, ich bremse jetzt. Oh, sorry. So, einmal nach oben. Oh, ja. Oh, ja. Links-Rechts-Taktik. Und da ist das Ziel. Weil man kann so ein bisschen mit dem Typen schweben. Das haben wir früher auch immer gemacht. Bottlefall von Lucky Lewis. Guck mal, der hat zum Beispiel neun Votes. Knapp dreieinhalb Sterne. Ich hoffe, dieses Level gefällt dir. Bottle Run Action. Ja, ich muss sagen, ich liebe ja Bottle Run. Oh, ja. Oh, das rede ich laut in meinem Ohr. Rückwärts. Oha. Alter. Reverse Bottle Flip. Äh, Bottle Run. Langsam. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ah, ja, hier komme ich aber easy runter. Oh, Gott. First Try, Leute. First freaking Try. Palle Seikuts. Hey, Palle, das ist mein erstes Level, was ich gemacht habe. Ja, es hat sie drei Sterne. Ja, warte mal, da jump ich doch. Tiki, was? Tiki, das hole ich mir trotzdem, Alter. Hä? Chillig. Das muss ich... Das muss ich doch irgendwie... Irgendwie schaffe ich das, Alter. Komm, Junge. Okay, ich nehme den anderen Weg. Alles. Ja, okay. Oh, oh, okay. Ja, warte. Oh, warte mal. Könnte ich ihn austricksen? Egal. Oh. Okay, du willst mich also herausfordern, Brudi. Du denkst, du bist krasser als... Oh, 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 oh. Oh, nein. Aber warte ab. Trick 17. Oha. Oha, der Auserwählte. Der Auserwählte. Habt ihr gesehen? Er ist der Mann, der alles kann. Es ist Paläto, der Supermann. Der Typ, der... Aua, alles kann. Mann, Alter. Lass mich doch da jetzt einfach mal springen. Ja, oha. Ja, perfekt. Aua. Was soll das? Ach, komm. Ja, dieses Sprungding... Was war das denn gerade? Lass mich. Ich hab... Oh, oh. Warte. Warte. Ich muss das nur aus meinem... Bitte lassen Sie mich. Bitte lassen Sie mich. Da steckt etwas da, wo es nicht stecken sollte. Bitte. Oh, was machst du da? Du musst dich anstrengen, Alter. Mann, ich schaff das nicht. Ach, Mann. Oh, ja. Saft. Nein. Uff. Nein. Bitte. Oha. 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 Warum? Warum? Zack. Und jetzt. Oh. Jo. Oh, brr. Oh, brr. Oh, brr. Oh, brr. Oh, brr. Oh, brr. Bitte. Junge, du musst es machen. Du bist doch da. Hallo. Ich bin doch da. Warte. Zieh. Du musst... Warte. Zieh. Ich bin... Ich bin... Nein. Ey, ohne Witz. Das ist wieder eine Live-Lesson, Alter. Man darf im Leben nicht aufgeben. Ihr dürft nicht aufgeben. Ihr müsst eure Ziele erreichen, Leute. Ihr dürft nicht an euch zweifeln. Lebe deinen Traum, denn er wird wahr. Ich kenne die Gefahr. Alles, was richtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Ja. Lebe deinen Traum. Ja. Jetzt. Oha. Lebe deinen Traum, wenn er wahr. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oha. Oha. Fall rein. Ja. Das ist der Beweis. Ihr dürft nicht aufgeben im Leben. Oh, junge Live-Lessons bei Freakin' Happy Wheels, Mann. Glass Break von Getsu Farukon. Hey, Palun und andere. Hab ein bisschen mit Editor rumprobiert. Und das ist aber rausgekommen. Mein erstes Level. Werdet ihr demnächst auch bestimmt mehr Level bauen. PS. Der Level-Editor ist Müll. Ja. Oha. Glas. Junge, Glas Break hatten wir auch, glaube ich, in der Kopf. Noch nie. Oh, Mann, Palun. Du bist so kacke. Okay. Komm schon, Junge. So. Erstes Glas. Das ist dreifaches Glas. Da brauchen wir vielleicht ein bisschen Schwung. Oh, Mann, Palano, Alter. Pass auf, Glas. Ja, ich seh's doch, Timmy. Das ist jetzt neunfaches. Ja, Vorsicht. Ja, ich bin doch vorsichtig, Alter. So. Okay. Oh, Alter. Das eine ist 27-faches. Warte, wir müssen das erst mal... Ey, wie soll ich das denn zerstören? Warte, wir müssen erst mal... Timmy! Es tut mir leid, Timmy. Das war, ey, ohne Witz. Das war nicht mit Absicht. Könntest du bitte runtergehen? Ups. Danke. Okay. Oh, nee. Das war dumm. Oh, ja. Wir haben aber schon ne Schicht zerstört. Wir brauchen aber hier den Schwung. und müssen auch... Bats, Junge! Was geht ab? Palä, du kannst noch. Ja, das Ding ist, das Glas kann uns halt auch easy killen. Das ist das Problem und auch das Frustrierende bei so einem Level. Oh, ja. So, die müssen wir jetzt wegballern, Junge. Das ist ein 27-faches Glas. So ein Pain. Wir müssen das jetzt... Was liegt hier eigentlich alles auf... Ah, Timmy liegt hier auf dem Boden. Okay. Gott. Schade. So. Oh, 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 oh. Das ist das, was ich meine. Ich weiß, ich werde das nicht nochmal probieren. Das ist ja ein 27-faches Glas. Das ist ja wirklich der Endgegner. So, ich glaube, ballerst du die ganze Zeit wie so ein Beklopper einmal nur gegen die Wand. Ah, das Blöde ist, wir haben jetzt... Wir haben die Arme verloren. Also, wir sind auch dran. Ja, nee, der eine nicht mehr. Und jetzt kriegst du so schwer... Oh, das könnten die letzten dicken Schichten gewesen sein. Oh, vorsichtig. Jawohl. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch einmal hier alles vor uns herschieben und uns dann den Victory gönnen in 137 Sekunden. Paluten Bottle Run von Niggi1953. Aus der Schweiz. Der Niggi ist ein Schweizer. Ja, wunderbar. Ein sehr kleines, aber feines Level für Paleto. Ich hoffe, es gefällt dir. Liebe Grüße an YouTube. Ja, schöne Grüße, Niggi. Oh ja. Schwer. Ah ja, ich bin einfach... Ich bin der Bottle... Okay. Konzentration. Danke, Edgar. Ich werde mir Mühe geben. Ja, guck mal hier. Ich kann's doch. Bottle Run. Man muss nämlich schön auf dem Hinterrad und... Sehr nice. Schönes Level. Auch wie er Edgar und Paleto eingearbeitet hat. Danke, Niggi. So, Paluten neu von JD Bauer. Hey, Paluten, das ist mein erstes Level. Ich hoffe, es gefällt dir. Kannst du Tom grüßen? Schöne Grüße an Tom, Alter. Mini Paluten. Siehst du so aus? So, gucken wir doch mal. Oh, brem... Ja, ich bremse. Ich bremse. Oh, ja. Nach hinten. Nach vorne. Okay. Oh ja. Finde ich gut. Oh. Timmy. Timmy Schottschild. Timmy Schottschild. Sehr gut. Danke, Timmy. Jeder muss sich mal opfern für den anderen. Das ist... Wir sind ja... Oh. Oh. Okay. Hier muss ich irgendwie hoch. Jawohl. Sehr geil. Geiles Level. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. So. Paluten Ball Throw. Hey, Paluten. Deine Happy Wheels-Folgen waren meine Kindheit. Habe jetzt mein erstes Level gemacht. Ich hoffe, es gefällt dir. Oh, no, no, no. Let's freaking go, man. Okay, warte mal. Ball Throw. Mache ich das mit dem Vater? Können wir probieren. So, warte mal. Ah, ja. Wir müssen einmal auf... Oh, warte. Ich habe hier zwei Bälle. Das ist nicht so schlau. Manuel's Mutter ist der Mond scheinbar. Ich... Ja, so. Warte mal. Ein Win. Oh, oh, oh. Extra Bälle. Sehr gut. Zack. Nochmal. Okay, wir dürfen auf jeden Fall nicht in das Erste. Oh, wenn wir jetzt aber den... in den Unlocked Stopp reinwerfen, dann haben wir direkt den Win. Oha. Jawoll. Geiles Ding. Paluten bitte Spiel. Von Mark, Mark, Tomaten, Mark. Sorry, erstes Level. Hoffe, es ist nicht zu nervig fürs Video. Oh, 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 oh. Ja. Chillig. Chillig. Aua. Das schaffe ich doch. Alter, das schaffe ich. Oh. Ich lebe... Nicht. Kann ich nicht Timmy... Ich kann doch Timmy vorschicken. Alter, los, Timmy. Hat er die jetzt getriggert? Oha, danke, Timmy. Er hat einfach... Er hat die Harpune ausgelöst. Paluten-Timmy-Schule von Felix. Du musst zur Schule von Timmy. Weil Eltern... Oh. Elternsprechtag. Miese Sache. Man weiß, dass Timmys Noten nicht gut sind. Aber der Weg zur Schule ist schwerer als Matheunterricht. Haha. Grüße an Klasse GYM11A. Ja, schöne Grüße, Alter. Oh, das ist ja nett. Timmy, Alter, was soll die Scheiße? Warum bist du schlecht in der Schule? So habe ich dich nicht erzogen. Ganz ehrlich. Ich schwöre dir, wenn du nach Hause kommst, dann gibt es Palutenverbot. Oh, Mann, endlich Palutenverbot. Ich hasse den Kerl sowieso. Sag mal, mach doch nicht diesen. Ja, seine Videos sind scheiße. Hä, Timmy, was soll denn der Mist jetzt? Wir sind doch... Ich bin doch... Was war da? Oh Gott. Ich habe leider nicht... Ich konnte nicht lesen, was da... Hier sind Minen. Timmy, hier sind Minen. Oh, das wird unangenehm in der Schule, Alter. Was ist denn mit Timmy passiert? Ja, Leute. Hauptsache Victory. Timmy muss nicht mehr zur Schule. Paluten Spikey von Killer Boy. Hallo, Paluten. Hier ein einfaches Spike-Fall-Level für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Liebe Grüße, Niklas. Thank you, Niklas. First try. Ich war nah dran. Wir müssen ein bisschen schneller, weil da unten... Das hat man ganz gut gesehen. Es gibt nur ein kleines Loch. Ja, oh Junge, das war so gut. Das war eigentlich wirklich gut. Ich war fast in diesem kleinen... Ja, man... So. Das könnte gut sein. Das könnte wirklich gut sein. So muss das sein, Junge. So muss das sein. Dieser leckere Sound auch. Paluten 2024 von Paleto-Fan. Hallo, Paluten und andere. Das ist mein erstes Happy Wheels-Level. Ich hoffe, es gefällt dir. Wie Spaß. Oh, no. Ja, warte. Kleiner Sprung. Sehr gut. Oder... Oh! Ähm. Ziel. Oh, warte. Hier sind irgendwelche... Da ist ein Quiz. Junge, warum macht der da noch ein Quiz hin? Warte mal. Sprung. Chillig. Beinbruch in drei, zwei, eins. Sehr gut. Aber so bin ich... Oh, okay. Ich wollte gerade sagen, so bin ich ein bisschen aerodynamischer. Warte mal, aber das ist gar nicht so... Ja, oha. Sehr gut. Oh, ja. Sehr nice. Guck mal. Zack. Ah ja, jetzt müssen wir noch... Oben. Was bedeutet das lateinische Carpe Diem? Ich glaube, nutze den Tag. Falsch. Ja, scheiße. Welcher Schauspieler hat nicht in den Namen Leonardo DiCaprio? Ich weiß nicht, wer Javier Bardem ist. Mit welcher Tiergruppe sind Dinosaurier am engsten verwandt? Vögel. Quatsch, Junge. Das habe ich irgendwo schon mal gehört. Ich hoffe, dir hat das Level gefallen. Ja, war geil. So, Zockerbienen. Glassbreak, Harpoon Run, Bottle Run. Viel Spaß und Erfolg. Danke, Zockerbienen. Hallo Paluten. Ich habe schon damals deine Happy Wheels Videos geschaut und dachte mir, dass ich dir auch mal einen Level erstelle. Es ist zwar mein erstes, aber ich hoffe, es gefällt dir. Falls etwas nicht klappen sollte, kannst du es oben mit den Knöpfen skippen. Oha. Das ist doch geil. Oh. Okay. Das hat nicht so gut funktioniert. So. Glassbreak. Wir nehmen dann einfach die Checkpoints. Zack. Wir brauchen jetzt ein bisschen Kararo. Batsch, Junge. Das haben wir auf jeden Fall noch drauf. So ein bisschen Glas zerstören. Ich mache jetzt nochmal mehr Tempo. Oh ja. Da kommt noch einer. Man muss hier mit der Links-Rechts-Taktik so viel Speed aufbauen. Oh Gott, Timmy. Es tut mir leid. Ich brauchte den Speed. Jawohl. Und wir haben Sepp Ballert. Sehr geil. Okay. Das erste... Oh Gott. Au, 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 au. Aua. So, warte mal. Jetzt können wir aber drücken und den Glassbreak skippen. Ah, geiles Ding. Okay. Jetzt Mega Speed. Ah, nee, 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 nee. Timmy. Ich würde sagen, Last Try. Links-Rechts-Taktik. Tempo, 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 Tempo. Jawohl. Bottle Run. Bottle Run. Komm, Junge. Mach den rein. Aber gut. Wir haben ja zwei Sachen geschafft. Dann können wir Glassbreak und Harpoon run. Können wir beides deactivaten. Tempo, 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 Tempo. Und Bottle. 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 Run. Let's go. Und da ist das Ziel. Oh, wir haben... Oh, Diggi. Das ist für euch glücklicherweise jetzt nicht so laut. Aber ich glaube, ihr habt es nochmal gehört, Junge, wie das reingeschallert hat. Du bist toll. Du auch, du bist toll. Ich habe mir extra nach deinem Video das Spiel geholt. Würde mich sehr freuen, wenn du es spielst. Ist ein sehr kurzes Level. Aber war dank dem Palutenkopf doch sehr aufwendig. Soll ich noch Edgar hinzufügen? Liebe Grüße. Äh, liebe deine Videos. Danke. Ja, ich guck mal. Oh, guck mal. Das war... Juhu, das war ein richtig hübscher Palutenkopf. Warte mal. Ich muss... Ich muss... Ich springe hier ab. Nee. Oh. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Brauche... Soll ich den Pogo-Typen? Weil wir... Ah ja. Ich glaube, der Pogo-Typ soll es sein. Oh ja. Das sieht gut aus. Oh Gott. So viele Timmys, Alter. Phantom. Mein erstes Level. Ich hoffe, es gefällt dir. Kannst du bitte Ben grüßen? Schöne Grüße an Ben. Okay. Oh ja. Oh. Chillig. Oh Mann, Paluten. Warum bist du immer so schlecht? Ja, Timmy. Mach's doch besser, Alter. Ich kann's doch besser. Kannst du nicht. Ich mag Pommes, lol. Paluten, das ist mein zweites Level. Ein Psychfall. Okay. Ja. Chillig. Leute, bitte achtet drauf, dass ihr einen Charakter einstellt. Oh, 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 oh. Ja, lecker, lecker. Schmecker. Alter. Paluten Ninja Warrior von Jonas Butcher. Hallo, Paluten. In diesem Level musst du drei Herausforderungen überstehen, um dich für den Ninja Warrior 2024 zu qualifizieren. Viel Glück. Dank für deine täglichen Videos. Welche meinen und vielen anderen den Tag versüßen? Ich weiß es nicht. Alter Schwede. In diesem Level geht es darum, drei deiner Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Die Geschicklichkeit. Endlich bin ich bei Ninja Warrior. Ich, ich leg los, Alter. Ich leg los. Oh, war gut. Alter, guckt euch das an. So schnell wie möglich fahren. Timmy, geht's dir gut? Ich hasse dich, Paleto. Ja, Mann, Alter. Ich will doch nur zu Ninja Warrior Germany, Timmy. Ich fliege einfach, weil ich so schlau bin. Ich bin schlauer als Ninja Warrior. Alter, jetzt die Stärke. Ist das Manual, der gerade auf Klo saß, oder was? Oh, oh, die Stärke. Das ist, oh, oh, das, oh, Manual. Tut mir leid, Alter. Oh, warte. Wir müssen aufpassen. Die Harpone ist nämlich noch aktiv. Ah, oh, guckt euch, guckt euch diese Stärke an, Alter. Ausgezeichnet. Was ist das? Timmy, Timmy, was ist denn jetzt los? Ja, Paleto, du musst den scheiß Baum da wegballern. Ja, Mann, Timmy, was glaubst du denn, was ich hier mache? So. Oh, wow, hast du gut gemacht, Paleto. Danke, Timmy. Oh, jetzt Geschwindigkeit. Geschwindigkeit. Schneller, Paleto, schneller. Ninja Warrior. Jawohl, danke fürs Spiel. Ey, die sind wir bei frikin' Ninja Warrior. Paluten Quiz von cooler Typ 187. Hallo, Paluten, das ist mein erstes Level. Ist nicht das Beste, aber ich habe mir Mühe gegeben. Hier ein kleines Quiz über dein Allgemeinen. Ah, doch nicht Allgemeinwissen, Alter. Da blamiere ich mich doch wieder. Wie hoch ist der Mount Everest? 8848. Das weiß ich. Redig. Okay, Gundersi gehört Montana Black. Ich weiß zwar nicht, inwiefern das Allgemeinwissen ist. Wer ist der aktuelle Ministerpräsident von Bayern? Das ist natürlich der liebe Markus Söder. Richtig. Der Markus, der hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Hat dir das Quiz gefallen? Ja, natürlich. Das ist mein Lieblingsquiz. Das Glas hat mich umgebracht. Paluten King, Alter, von Noah. Das ist mein erstes Level. Schau deine Videos schon sehr lange. Ich wünsche dir viel Glück mit deiner neuen Familie. Oh, sweet. Ich glaube, ich kann für viele sprechen, dass du der beste YouTuber bist und von vielen die Kindheit geprägt hast. Noah. Das ist sehr nett. Also, ich bin mir auch selber im Klaren, dass ich nicht der beste YouTuber bin. Da gibt es Leute, die sind krasser als Paleto. Das ist auch vollkommen okay. Was mich aber sowieso am meisten freut ist, dieses Kompliment und das feiere ich wirklich. Also, das ist einfach etwas, was mir auch wirklich sehr viel bedeutet. Und zwar, dass ich von vielen die Kindheit ein bisschen schöner machen konnte. Ich finde, das ist ein unfassbar großes Kompliment. So, ich höre auf zu labern. Sorry. Oh, 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 alles, oh, okay. Was ist das denn hier für eine... Noah, Alter. Noah, mach doch... Noah. Warte, ich warte kurz. Ich warte... Ja, ja, jetzt kann ich fahren. Oha. Junge, du bist doch... Noah, was hast du... Was hast du krank hier gebaut? Noah. Noah, ich dachte, ich habe deine Kindheit geprägt. Warum machst du diesen bei mir? Warum machst du so, Noah? Wie? Was? Falsche Seite. Noah, Mann. Jawoll, Alter. Let's freaking go. Leute, ey, ich würde sagen, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, schallert den Like rein. Schaut wie immer gerne auf paluten.shop vorbei für den kleinen süßen Mini-Palinen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.